Ich werde die Drachen aufs Festland führen. Zusammen werden wir die Welt der Menschen in tiefste Dunkelheit tauchen. Sag mal Raven, bist du eigentlich noch ganz fit im Kopf? Du bist doch selbst ein Mensch. Willst du wirklich alleine auf dem Festland leben? Nur mit Orts, Drachen und Ätzenmenschen? Die werden dich doch sowieso nie als einen von ihren akzeptieren. Du bist ein Mensch, vergiss das nicht. Bill hat dich voll verarscht, Mann. Was? Was redest du da? Was ich da rede? Was redest du da? Wiederhol doch nochmal den Scheiß, den du eben gesagt hast.